Bei der Scheiße, die in unserem Land passiert, darf man nicht mehr wegsehen und darf man nicht schweigen. Und ganz besonders hier, in der Zentrale des Wegsehens und Schweigens, wo so viel Scheiße passiert, muss man die Leute mal vielleicht zum Nachdenken anregen. Und jetzt möchte ich denen, die dafür die Verantwortung tragen, etwas beim Denken helfen. So können sie nämlich jetzt jedes Mal, wenn sie scheißen gehen, gleichzeitig was Gutes tun und mit jener Lage dieses Klopapiers den Kinderschutz unterstützen und die Scheiße bekämpfen, die in unserem Land passiert. Es wird Zeit, oder? Irgendwo muss man ja anfangen, dann doch hier in der Zentrale.